Uhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Baldus G3. Wir gehen ins Lager. Hmm. Die Geister und ihre Werteidung. Kein Worte. Die Kriegung, der Chaos, der Betriebsung. Es hat die Ausstellung von einem guten Spazier-Show, aber ich wollte nicht sein, dass ich einen Spieler sein wollte. Ich brauche dich gleich mal, um Geld zu klauen. So, dann... ...muss man jetzt, glaube ich, unseren Kumpel hier wiederbeleben. Der ist nämlich wahrscheinlich schon wieder tot. ...Dum, dum, 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 dum. Subtle steps. ...Muss... ...Time for discretion. A very vengeful pocket, like a wraith, let's have a rummage, a great profit. By doom and dusk, I strike thy name from the archives. Rise! Rise! Lecker, lecker! Rise! This vessel is at thy disposal. Do what thou wilt. So, so. Mhm, mhm, mhm. Oh, Geh möchte mit mir gleich. Was gibt's Geh? Hm. Ja, warte mal. Ähm. Of course. Hey. Erstmal muss ich gucken, ob ich überhaupt sowas hab. Ne? Also. Schutz vor Gut und Böse. Was ist denn das überhaupt? Ist das ein Ring? Ne. Das ist eine Kette. Joa. Let's move. What's next? Hopp. Können wir gut gebrauchen. So, ähm. Ans Lager senden. Stab der Mumen können wir auch ans Lager senden. Hm. Okay, er hat nix. Was will ich tun? Trust me. Er hat halt die hier. Die können wir auch ans Lager senden. Hm. Let's hope for gold. Let's hope for gold. So, ja, 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 ja. Also, haben wir hier noch irgendwas Schönes drin? What's next, I wonder? Hm. Hm. Hier die Peitsche. Is that blood? No. Never mind. What's on your mind? Apart from finding me an artifact to consume? Ja, ja, hab ich gefunden. Alles klar, ich hab hier sowas. Das ist das Gratifying zu hören. May I? Das da kannst du haben. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. im anew, like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. But this doesn't feel quite right. It never feels right, but it relieves. This doesn't relieve. The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire, and nearly drizzles. The embers still sizzle, the fire remains undefeated, and I'm not certain what's going on, but nothing good. Hmm. Okay, we have that also deleted, right? So, Will had something to talk about? Well met. Hmm. Hmm. I spent more time duelling with father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine, and the talent for courtly dance. It's been a badger's age since I've twinkled my toes. A drunk ogre could put on a better show. Well, give it some time, develop a bond, and maybe I'll show you a move or two. I promise, clumsy oaf is well within my repertoire. It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. Hmm. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck. Not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Your, uh... Hmm. It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity. Maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters. Keep them safe. And one day they will see the Blade of Frontiers again. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. She could kill me for one. And that's not the worst of it. My contract is very clear. I can bring Mazora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. We can. I'm sure of it. How glad I am that you see me as more than my patron's pet. First up on a Felsen. So, apparently no one will do the other than we will end. Jetzt finden wir den Tag. Jetzt noch irgendjemand was zu quatschen. Wir haben lange manchmal mit Shadowheart geredet. Hier können wir aber auch mal machen. Alles gut, ich hoffe. Außerhalb des Obstens. Okay. Was ist auf deiner Meinung? Ich glaube nicht, dass ich einen Confidant wie dich hatte. Und wenn ich es habe, dann kann ich sie nicht erinnern. Ich habe es nicht erwartet, aber ich bin glücklich. Kein Fehler in ein kleines Mysterium, nicht wahr? Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Hier geht nichts. Jemand hat noch Gesprächs- Ach, der Gale schon wieder hier drüben, oder was? Was ist denn jetzt schon wieder los? Quatsch, komm. Was ist das? Oh. 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 My, you startled me. I, uh... I was miles away. In a manner of speaking, yes. I was lost in prayer, of all things. Mystra, for indeed it was her image I conjured, commands all magic. Salvation, if such a thing exists, is hers to bestow or withhold. And yet even now, more than I fear losing my own self and soul, I fear losing my command of her art. Magic is my life. I've been in touch with the weave for as long as I can remember. There's nothing like it. It's like music, poetry, physical beauty, all rolled into one and given expression through the senses. Would you like to experience this? Okay. Then follow my lead. Now you. I, uh... Wow, Schwierigkeit 5. Oops. You feel something strange. Like a kind word and a kind touch at the same time. It's warm and comfortable. Excellent. Now, repeat after me. Arthran Mistraril Kantrak Eyo. Uh... Suddenly, the scent of rose water and a sense of well-being. A sliver of weave that tastes sweet on the tongue. Very good. Now, I want you to picture in your mind the concept of harmony. As true as you can. Hmm. Hmm. Nope. It's money. No. I'm sorry. But it looks like magic is not on the cards tonight. Perhaps I'm not quite the teacher I fancy myself to be. In any case, don't blame yourself. Mistra can be a fickle mistress. Coy to a tea. Good night. Oh. Oh. Okay, ne? Nächstes Mal bring ich hier Barbarendebrüll bei. Hehehe. So. Wir haben ja hier ganz viel Zeug irgendwie eingesammelt. Hier, Datta... ...und da da und da da und da da. Was haben die da gemacht? Meditiert? Ja, Mariette. Die Boots haben alles gesehen. Die Boots haben alles gesehen. Die Boots haben vorgebracht. Das ist der Geist. Ja, ja. Ja. Die Boots haben alles gesehen. So. Dann kehren wir mal zurück in den Sumpf. Oops. So, wir könnten aber jetzt auch mal... Schauen... Äh... Fast 1000 Gold. Dass wir uns diesen Bogen holen, den ich da gerne hätte. So. 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 Donner why we don't just kill those fists. I won't ever walk. Ja, ich will handeln. Ja, ja. So, hast du den Bogen noch? Ja, hier, den hätte ich gern. Den hätte ich gern. So, dafür gebe ich dir hier meine Armbrust. So, und dann hier kriegst du noch hier das da, das da. Hier so ganz viel Zeug von mir. Ähm. Oder hältst du einen zusätzlichen Zauber an? Hier sind schwere Steine, kannst du auch haben. Und hier die ganzen Sachen. Brauche ich auch alle nicht mehr. So. Und dann. Dolch plus eins. Nehme ich auch noch. So. Fällig getauscht. Hier haben wir nix. So, du kannst noch ein bisschen was verticken hier. Ähm. Das hier. Gegengift. Behalten wir nochmal. Und Will hat auch noch ein bisschen was. So. Der hat auch noch ne gepolsterte, leichte Rüstung. Aber da ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches mehr. So. Ja, vielen Dank. So. Ja, vielen Dank. Ja. Ich habe ein bisschen auf meinem Geist. Und, ähm, äh, äh. So. Das gehen wir an Astalion. Ja. Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Warum geht das nicht? So. Jetzt haben wir nochmal. Da haben wir es doch. Ähm. Alles klar. Wir haben noch. 500 Gold. Damit. Geben wir jetzt nochmal zurück zum Smaragdtein. Und gucken mal, ob wir noch ein paar Heiltränke kriegen. Ich meine, Etel wird da wahrscheinlich nicht mehr sein. Von der wir die meisten Tränke ja bekommen haben. Aber vielleicht hat der Druida im Eingang ja auch noch ein paar Tränke. Kann ja sein, ne? Hm? The pride of the gate. No time to rest. I wonder if the gods are watching me. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ich sollte sprechen. Hier, quatscht doch mit dem von da. Waren. Ja, ja. So, ähm. Ja, ja, ja. Kettenhemd. Ähm. So, ja, hier. Blutdurst. So. Was habe ich mir alles hier vertickt, ne? Der hat auch echt Knete, ne? Alles von mir. So, Astarion kann eben hier noch das Ding verticken. Das Färbemittel kann ich dir auch verticken hier. So. So, und dann waren wir hier überall. Und hier geht es zu den Goblins. Dann werden wir da doch mal jetzt hinreifen. Finally. Finally. Ähm. Dun, dun, dun. Oh, well, uh... I, um... Downclaw, bad girl! Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. Easy, lads! We got a true soul coming through. Lads are celebrating the raid on Joaquin's rest. We captured a duke, we did, all the way from the city. I'm sure the higher-ups will make sure you get the best of the spoils, your ex-helness. The boss is in the temple inside. Midara, too. And, and Priestess Gutt can show you how many new recruits we got. I don't know any house in your ex-helness. Oh, one of them thieves! If he ain't dead, he's in the pits with the rest of them. Mm-hmm. If this is the state of their camp, how bad must the pits be? Ich gehe nochmal ganz kurz ins Lager zurück. Ich glaube, es gibt nämlich hier eine ganz coole Sache, die man machen kann. Wir haben hier ja ein Vorbesteller-Ding noch. Hier das. Wenn wir das ausrüsten... Haben wir hier noch einen Gestalt-Wandel-Zauber. Dann können wir uns gleich mal... Weil die sind ja hier... Die Goblins hören ja alle auf und drown, ne? Dann können wir uns ja hier mal... Guck mal... Ähm... Elfen... Hawks... Halb-Elfen... Menschen... Halb-Elfe... Starke-Elfe... Elfe... Drow... Starke-Elf... Gibt's keinen... Drachen-Blütige... Drow-Weiblich... Vielleicht können wir den vorgaufen, dass wir hier... Ihre Anführung bringen sie mich hier... Zack... Tududu... Guten Tag... Okay, hier geht's erstmal woanders noch hin... Obey... My... Command... The voice is irresistible... You recognize the overwhelming authority that you've used on others... Only infinitely stronger... And turned against you... Your vision clouds... Leaving you in a dark, featureless shadowscape... Nothingness in every direction... Then there are three figures before you... An armoured male Elf... Exuding power and command... A handsome younger man... With a quick, easy smile... And a pale young woman... With even paler eyes... These... Are my chosen... They speak for me... Aid their search for the prison... And you will be worthy to stand beside them... In my presence... You feel energy pulsing from the artifact... Lifting the pain from you... Pushing the voice away... Das ist es also. Ich weiß nicht, was das Spiel von ihr ist, aber ich bin glücklich, dass es unsere Seite ist. Ich glaube, das war die Absolutes zu uns. Aber wir haben uns geschafft. Wir müssen weitergehen. Ich weiß nicht genau. Nicht genau. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. I suppose if we're to continue together, I may as well tell you. I serve Sha. My home is a secret cloister in Baldur's Gate. A group of us was sent to retrieve the artifact. Now I'm the only one left. I can't afford to fail. I can't tell you anymore. This mission required utmost secrecy. We all submitted to having our memories suppressed so that we couldn't betray Sha's confidence. If I reach my contact in the city, I'll have my memories restored. Until then, I have to guard the artifact with my life. There. You have the truth. For all it's worth. Let's continue. What? A shah worshiper? Hmm. Not my usual quarry. Nor my usual ally. Hmm. True. I didn't think you'd react so pragmatically. Perhaps I should have told you sooner. Ja? With the cultists' aid, it will not be long before they find it. Before they find you. You have evaded them so far, thanks, it seems, to the artifact itself. But how long can such protection last? Shadowheart has made her position clear. She will see that it is taken to its destination. At any cost. And you still do not know what it even is. Trust me, I'll guard it with my life. Let's keep going. Hmm. Top. Schaufeln, schaufeln. Hmm. Um, 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 um. Ahhhh... ... ... ... ... so, aber was uns da drüben jetzt erwartet das werden wir beim nächsten Mal herauskriegen also vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal